Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Bonus-Video zu Everspace. Wir wollen jetzt einfach mal sehen, was passiert, wenn wir, nachdem wir den großen Oberbösewicht besiegt haben in Sektor 7, was passiert, wenn wir da nochmal hinfliegen. Deswegen machen wir das mal. Ja, hallo und herzlich willkommen. Was ganz lustig ist, die werden nicht wirklich zerstört, die bleiben dann als Wracks zurück. Eins von diesen vielen Wracks, die wir ja schon so häufig gesehen haben. Finde ich ganz nett, einen netten Gag. Ähm, aber, ja, das war's. Also, wir haben ja inzwischen gar nicht mehr genug Platz für die Viridian Energy, weil ich schon so viele Capital-Chips gekillt habe. Ähm, ja, aber noch alles easy. Wir wollen einfach mal gucken, was in Sektor 7 los ist. Deswegen sind wir hier. Oder gucken wir mal, was in Sektor 7 los ist. Wow, okay, immerhin noch eine neue Cutscene. Und der Sektor... Wow, das ist ein Blotch auf der Landschaft. Ja, was ist das? Die Reaktoren auf Gork-Ship sind in Meltdown, nach den numerous Missile-Hits und der Energie auf den Ränen. Das sollte sich als historische Begründung sein. Ja, das ist kaputt. Das ist eine gute Frage. Oh, wir können hier raus springen. Interessant. Davor wollen wir uns ja nochmal ein bisschen angucken. Hier ist wirklich nichts mehr übrig. Nope, alles ist kaputt. Na gut, das war ja auch ein ziemlich großer Rums. Na gut, kann ich sagen. Wir können ja mal hier über den Kraterrand gucken. Können wir über den Kraterrand gucken? Ich meine, das scheint eine Art Mond zu sein. Das ist einfach nur ein großer Asteroid und das ist ein kleinerer, großer Asteroid, wo das wir fahren müssen. Das ist auch nicht geil. Wir sehen und haben auf jeden Fall noch eine neue Cutscene. Wir haben eine Cutscene gehabt. Okay, hier gibt es noch ein paar Texture Pop-Ins. Ich glaube, das ist nicht vorgesehen, dass wir hier rüber gucken. Okay, leasing self-orbit. Ja, okay. Ja, Asteroid. So, fliegen wir wieder zurück. Gucken wir uns den großen Krater aus der anderen Richtung an. Okay, na gut, dann. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir hier rausspringen. Okay, gebt einfach nochmal die Credits. Na gut, die haben wir ja beim letzten Mal schon gesehen. Ja, da würde ich sagen, war das jetzt noch ein kleines Nachwort oder ein kleiner Epilog zum letzten Streamen. Wir haben jetzt nochmal den zerstörten Sektor 7 gesehen und wissen jetzt, dass wann immer wir hier hinkommen mit unserem Klon, weil ich meine, wir können ja unbegrenzt weiterspielen, können wir aus dem Sektor rausspringen und kriegen dann quasi hier dann die End-Credits und fangen dann, nehme ich an, wieder in unserem Hangar an. Ja, und haben einen, genau, einen Win-Run. Also das heißt, wenn wir dann in Sektor 7 sind und da rausspringen, haben wir auch tatsächlich einen Win. Steht hier irgendwas eigentlich, was für Schiffe wir zerstört haben? Nee, das wäre auch noch so ein schöner kleiner Nachtrag, wenn es eine detailliertere Statistik gäbe, nicht nur Kills, sondern welche Art von Schiffen, von welchem Level, welche Elite oder Elite Outlaws oder Elite whatever, ob es Marauder waren, Bomber oder Korvetts und Fregatten und so, das würde die Sache noch ein bisschen interessanter machen, so als kleiner Nachtrag. Aber ich habe ja an dem Spiel schon genug rumgekrittelt. Also ich meine, es gibt genau zwei große Kritikpunkte. Alles andere ist eigentlich ziemlich genauso, wie es wahrscheinlich gedacht ist und macht auf jeden Fall einen Höllenspaß. Ja, aber gut. Nettes Spiel. Hat Spaß gemacht. Das war der Epilog. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns, wenn ihr mögt, bei einem anderen Stream und oder Let's Play. Okay, also bis dahin. Tschüss. Musik